Wir alle studieren Grundschullehramt und wollen genauso cool werden wie Herr Klaassen. Wir studieren Fächer wie Köln, Musik, Mathe, Deutsch, Englisch und Sport. Wir wollen mal Lehrer an der Sonderschule werden, zum Beispiel an der Förderschule für Kinder, die mehr Hilfe beim Lernen brauchen oder an der Schule für behinderte Kinder und unsere Fächer sind Geschichte und Technik. Und nach der Grundschule kommt ihr vielleicht zu mir in die Werk-Real, Haupt- oder Realschule und habt bei mir Geschichte, Deutsch und Englisch. Wir wollen Lehrer an der Berufsschule werden und unsere Fächer sind Versorgungstechnik und Maschinenbau. Und ich werde Fahrzeugtechnik und Maschinenbau unterrichten.